Liebe, Opfer und Gewaltlosigkeit Wenn man bedenkt, dass im Judentum Tieropfer bis in das erste nachchristliche Jahrhundert üblich waren, ist es eine nicht unerhebliche Kulturleistung des Buddhismus, das Töten von Tieren als Opferhandlung schon so früh zu ächten. Denn das Tier ist eine vollwertige Kreatur und verdient, wie der Mensch, Liebe und Mitleid. Es gibt bewegende Zeugnisse, in denen Buddha einen König vom Irrsinn einer Massentötung von Tieren abhalten möchte und sich damit begnügen muss, dass die Zahl der Tötungen reduziert wurde. Solche Opfer sind für ihn schrankenlos große Gewalttaten, denen kein Heil beschieden ist. Mit der Erkenntnis, dass Almosen und der Verzicht auf Töten und Stehlen segensreichere Opfer sind, kommt er Jesus von Nazareth um 500 Jahre zuvor, der die Verinnerlichung des Opfers in der Versöhnung mit dem Nächsten gipfeln sah. Gewaltlosigkeit hat immer mit Liebe zu tun. Sie ist ihr Fundament. Wer bedachtsam unendliche Liebe, Metta, empfindet, bei dem werden, indem er die Vernichtung der Grundlagen für ein neues Dasein erschaut, die Fesseln dünnen. Wenn einer auch nur gegen ein Lebewesen arglosen Herzens Liebe zeigt, so gereicht ihm das zum Heil. Der Edler aber, der für alle Lebewesen im Herzen Erbarmen hegt, schafft sich reichliches Verdienst. Wer nicht tötet und nicht töten lässt, nicht unterdrückt und nicht unterdrücken lässt, wer Liebe zu allen Wesen hegt, dem droht von keiner Seite Feindschaft. Die Liebe geht sogar so weit, dass sie nicht nur die Pflanzenwelt, sondern auch die kleinsten Lebensformen einschließt. Von seiner Zeit als radikaler Asket berichtet er einem Jünger, Folgendermaßen verhielt es sich, Sariputta, mit meiner Zurückhaltung. Ich, Sariputta, war gesammelt beim Hingehen und beim Zurückgehen und selbst bei einem Wassertropfen empfand ich Mitleid, dass ich nur die kleinen Wesen, die in Not sind, nicht töte. Der Nächste und die Frauen Und trotzdem fallen bei der Betrachtung des weiteren Lebensweges des Vollendeten bestimmte Spannungen auf. Obwohl wir Kunde haben von weiblichen Laienanhängern und Nonnen, die sich rührend um die Versorgung von Kranken mit Nahrung und Medizin kümmerten, scheint das Liebesgebot Buddhas primär auf Kranke, die bereits Mönche sind, zu zielen. Dass keine Kranken in den Mönchsorden aufgenommen wurden, geht auf den Leibarzt König Bimbisaras, Jivaka, zurück, der befürchtete, dass Kranke nur deshalb in die Gemeinschaft aufgenommen werden wollten, weil sie sich eine kostenlose Versorgung und Behandlung versprachen. Eine ähnliche Beobachtung ist bei Buddhas Bewertung des Kastenwesens möglich. Trotz schärfster Ablehnung der Kasten und konsequentem Standpunkt, dass alle Menschen gleichermaßen die Befähigung zur Erlösung haben, ist kaum eine liebevolle Neigung zu den untersten Schichten des Volkes zu spüren. Von Ananda, Neffe und Lieblingsjünger soll sogar der Satz stammen, von großer Bedeutung würde es sein, wenn angesehene Leute sich der Lehre anschlössen. Als König Pasenadi den Buddha-Orden finanziell unterstützen wollte, blockierte dies sein zuständiger Minister. Dies kostete ihn seinen Posten, nachdem der Erhabene seine Missbilligung kundgetan hatte. Es ist Tatsache, dass Buddha auch Frauen als Verkünder der Lehre hoch schätzte und sie als gleichberechtigte Wesen auf dem Weg zur Selbsterlösung anerkannte. Diese Sicht ist korrekt, muss aber ergänzt werden durch nicht bestreitbare Vorbehalte, die Buddha gegenüber Frauen hatte. Der ehrwürdige Ananda fragte, wie sollen wir es her mit dem weiblichen Geschlecht halten? Auch massive Aussagen, die sich an der Grenze zur Frauenfeindlichkeit bewegen, sollten nicht unerwähnt bleiben. Als ein Herrscher Buddha auf das schöne Äußere seiner Tochter hinwies, entgegnete dieser, er würde ein solches Gefäß aus Urin und Kot nicht einmal mit dem Fuße berühren. Im Zweierbuch des Anguttara Nikaya heißt es, In zwei Dingen unersättlich, ihr Jünger, ohne Widerwillen davor zu haben, stirbt das Weib. Welche sind aber diese beiden Dinge? Die Ausübung des Geschlechtsaktes und die Gebärung. In diesen beiden Dingen unersättlich, ihr Jünger, ohne Widerwillen davor zu haben, stirbt das Weib. In einem Gespräch mit Aniruda benennt Buddha drei Eigenschaften der Frau. Sie lebt des Morgens mit einem vom Laster des Geizes gefesselten Herzen im Hause, lebt des Mittags mit einem von Neid gefesselten Herzen im Hause, lebt des Abends mit einem von Sinnesgier gefesselten Herzen im Hause. Im Viererbuch, Kapitel 80, werden als weibliche Eigenschaften leicht reizbar, eifersüchtig, geizig und unverständlich genannt, während an anderer Stelle von den Ränken der Frauen die Rede ist. Diese seien unergründlich verborgen, wie im Wasser des Fischesweg. Bezeichnend für die schwankende Einstellung Buddhas zu den Frauen ist die Geschichte von der Aufnahme von Frauen in den Orden. Buddha sträubte sich mit Händen und Füßen, als seine Pflegemutter Mahaprajapati ebenfalls die Hauslosigkeit anstrebte und sich ihm als Nonne anschließen wollte. Erst beim dritten Versuch, als sie sich die Haare scheren ließ und ihm nachreiste, darf er auf Drängen voneinander nach. Er klagte, Wenn aneinander das weibliche Geschlecht nicht die Erlaubnis erhalten hätte, in der von dem vollendeten verkündeten Lehre und Disziplin, von der Heimat sich in die Heimatlosigkeit zu begeben, hätte der heilige Wandel langen Bestand gehabt, tausend Jahre hätte die wahre Religion Bestand gehabt. Weil aber jetzt das weibliche Geschlecht von der Heimat in die Heimatlosigkeit sich begeben hat, wird jetzt aneinander der heilige Wandel nicht langen Bestand haben. Nur 500 Jahre wird die wahre Religion Bestand haben. Er stellte acht Forderungen an seine Mutter als Bedingungen für die Aufnahme. Wenn aneinander Maha Prajapati aus dem Gotama-Geschlecht acht wichtige Verpflichtungen übernimmt, so könnte sie die Weihe empfangen. Eine schon hundert Jahre geweihte Nonne muss einen Mönch, der an diesem Tage geweiht wurde, ehrfurchtsvoll grüßen. Sie muss vor ihm aufstehen, die Hände gegen ihn falten und ihre Pflichten gegen ihn erfüllen. Diese Vorschrift ist zu achten, hochzuhalten, zu ehren, zu verehren und zeitlebens nicht zu übertreten. Die Mutter willigte ein und begründete eine Tradition, über die die männlichen Mönche nicht gerade glücklich waren. Nach dem Tode des Erhabenen soll aneinander heftig kritisiert worden sein, er vertrete eine zu weiche Linie den Frauen gegenüber. In einem endgültigen Sinn aber ist nicht zu klären, ob die Frauenfeindlichkeit auf den historischen Buddha zurückgeht. Denkbar ist auch, dass die härtere Richtung im Orden, die sich nach Buddhas Tod gegeneinander durchsetzte, bewusst und gezielt bestimmte Aussagen Buddhas über Frauen in einer übersteigerten Form in die kanonischen Schriften einfließen ließ. Grundsätzlich aber gilt, dass Buddha von der Fähigkeit der Frauen überzeugt war, auf dem Weg der vier Wahrheiten das Nirwana zu erlangen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!